Musik 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 Und hier ist der Speiserraum Der ist aber schön Freut mich Musik 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 ist die herzlich das ist aber schön das bungalow und dort oben schläfst du ich schlafe ist ein Dallara macht es gemütlich tschau ich geh mal was zu sehen wollen hey Eric hey Marius ihr geht's hier mann die neue die ist richtig fest sage ich dir jetzt sage ich dir was glaubst du gar nicht ey die müssen wir richtig hart branken ja das war mit den anderen Mädchen zusammen die branken wir richtig hart wir überlegen uns was ok wir überlegen uns was oh das klingelt oh ja ist das für ein Twig oh das sieht ja oh 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 mmm oh 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 nein nein dann guck dich an wer war das denn? ich war es nicht ich auch nicht warst du das? mhm vielleicht waren es die Jungs drüben komm lass mal gucken ich bleib hier und schlapp weiter ja was ist denn jetzt schon wieder los? trage ich dich auch nicht so viel stress am morgen ach du scheiße wie siehst du denn aus? haben wir mit dir gemacht? guck doch erstmal rein wart ihr das? äh sieht auf jeden Fall schön aus oder? muss ich wirklich sagen ja also du sagst vorher wirklich hässlich aus und jetzt ja das ist nicht wirklich besser aber ist das euer scheiß ernst? ja ja was ist das euer ernst? was willst du denn jetzt? nein wir haben doch keine nein das ist der denn nicht mehr so spießig hier ach Lucy was die Jungs für uns gemacht haben ist wirklich nicht gut ja 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 kann mitgehen Frau Herrerin, die Jungs ärgern sie ich will mal mit ihnen reden na dann kommen sie ja warum verunschaltet ihr Lucy so? ja ja das war nicht richtig tut mir leid Lucy voll ok tut mir leid das können wir ja rausschauen äh wolltest du noch raus machen? ja lol alle ich bin im Fernsehen ich bin im Fernsehen ich auch oh guck der jetzt mal nein bist du nicht du bist nicht im Bett du hast die Kamera tschau hallo ok